Am Wochenende fand der 27. Trecker-Trek in Panten im Kreis Herzogtum-Lauenburg statt. Dabei muss ein Traktor einen mit Gewichten beladenen Wagen möglichst weit ziehen. Manchen Teilnehmern machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Durch den Regen war der Boden spürbar aufgeweicht. Besser waren da die Chancen für diejenigen, die am Rand der Strecke zogen. Nur wenigen gelang ein sogenannter Full Pull, also das Ziehen über die komplette Distanz von 80 Metern.